Heute ist alles deutsch. Alles strömt zum Weihnachtsmarkt, der vom 5. bis 8. stattfindet. Weihnachtsmarkt in Porto del Cam. Hier gibt es Bluwein. Doris magt er auch sehr. Er ist in Sack. Einer hat sie gerade auf dem Rad. Hier ist ein Sackckerall. Drogen im Tor. Hier ist das Handwerk. Das war die Kostensie. Musik 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 Ganz viele Muscheln Musik Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Am Strand von Los Bucilios. Am Strand von Los Bucilios. Am Strand von Los Bucilios. Ein bisschen Glühwein für die Wärme bei 19,4 Grad.